Musik Applaus Grüezi, verehrte Zuschauer zu unserer nationalsportlichen Unterhaltungssendung Stöckweiss Stich. Unser heutiger Kandidat ist Herr Eduard Demperli. Er ist Kaufmann aus Winterthur und sein Hobby ist Jasse. So, jetzt habe ich Ihnen die Karten wieder zusammengestellt. Sie haben wieder eine halbe Minute Zeit, noch ein bisschen mehr, ganz genau so lange wie die Musik einspielen. Musik Ich nehme auch an, dass unsere Zuschauer wieder mitgeraten haben und alle sind jetzt, Herr Erni, gespannt auf Ihr Resultat. 27 sage ich. Und wir müssen anfangen. Dann gebe ich den Schellen-König aus.